So, wen sollte ich mitnehmen? Nen, da. Schläfe ich Cissé am Freitag. Was machst du jetzt, Mr. Relegation? Hey, ich kann nichts dafür, dass ich nicht so gut bin, okay? Hey, was geht hier ab? Mitte Liga geht ab, jalla, abwacht. Nein, warte, ich habe mit Cissé gesprochen, der reißt sich ja zusammen, stimmt's? Ich komme. Lachen. Kollege, du brauchst gar nicht lachen, du kommst direkt mit, jalla.